Wie so ein richtig schlechter Tänzer. Hier ist irgendwo ein Zeichen. Ich glaube hier versteckt sich irgendwo noch ein so ein Roboter. Ich glaube ich höre den sogar, aber weiß ich nicht. Der ist irgendwo hinter den Felsen. Oh, was haben wir denn da für Anzeigen? Oh la la. Wo sind wir denn jetzt? Wow. Alter. Das ist eine Wüste, du. So ein klein bisschen, ja Wüstenregion. Hm, könnte man sich denken. Ja, sieht jetzt nicht aus wie ein Dschungel. Oder das Meer. Wieder gestolpert. Wee! Yeah! Yeah, ey das will ich auch machen. Was? Ich kann hier die ganze Zeit surfen oder was? Wollt ich gerade sagen, hä? Okay. Und der hat auch seinen Spaß. Okay. Wie bitte? Joa, das habe ich mir gedacht. Da hinten sehe ich einen. Der sieht etwas groß aus. Das ist immer stolpert. Mann. Was machst du denn? Oh. Darum tragen die so einen Umhang. Und diese Maschinen Okay. Ja, ich habe gehört von der Resistenz, dass sie das viel gesehen haben. Ich kann euch nicht sagen, warum. den haben wir da. Die anderen haben anscheinend auch schon Schaden bekommen. Und Zeit. Oh. Achso, den haben wir an, wie sie sieht. Ja, okay. Ist jetzt auf den gegangen. Dat war's mit euch. Jetzt seid ihr nur noch Schrott. Hui. Ich mag das Surfen. Ich finde es voll nice, wenn wir das die ganze Zeit machen könnten. So einfach an den Schuhen. Warum bauen die nicht einfach an den Schuhen noch so so Inline-Skater? Yeah. Hui. Ist sogar rauf. Hä? Okay. Hui. Da hinten müssen wir hin. Yeah. Das ist total nice. Hui. Komm weiter. Ah, schade. Ah, hier sind wir. Ist okay. Hä? Da hinten. Ey, das ist das Ding bewegt sich. Ne. Hä? Nein, das sieht nur so aus. Weil es hier so heiß ist. Dann verschwimmt das hier alles. Das verschwummelt. Da sind unsere nächsten die Stufe 10. Warum übertreibt die so? Yeah. Boah, sind die stark? Aber die können ja gar nichts. Wofür hole ich mir überhaupt diese diese Erholung? Hui. Diese ganze Zeit hier so das Gleiten. Macht fun. Ah, ich muss mal auch mal einen auswählen. Kannste knicken. So leicht kriegst du mich nicht. Nicht mehr. So. Tschüss. Neue Stufe. Yes. Okay. Das haben wir auch. Noch drei weitere Punkte. Wo sicherlich wieder Gegner auf uns warten. Ja, ja. Die warten auf uns. Das sage ich euch. Mensch. Ich will doch nur zu dem Teil. Okay. Oh, die Dinger, die verschwinden ab und zu mal. Die Reste. Was ist da oben? Ach, Speicher. Wieder so eine Zentrale. Bei dem Ding. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Roboter wieder. Oh, guten Tag. Willst du mich angreifen? Bitte nicht, oder? Ah, doch. Der greift uns irgendwie nicht an. Wow. Stufe 1. Okay, die sind nicht stark. Dann lassen wir ran da. Aktivieren. So, Karteninformationen freigeschaltet. Jetzt können wir in der Region hier speichern. Das ist gut so. Ein gutes Gefühl, seinen Fortschritt zu speichern. Wie weit wir wohl hier rauslaufen könnten. Wui. Mann, ich will mitmachen. Nur ich stehe nicht so auf Wärme. Ich bin eher der kühle Typ. Also, ich mag es viel, viel lieber kühl. Als warm. So. Weil es einfach viel... Ach, er erfrischender ist. Ein wegbleiben. Ganz genau. Genau. Das ist richtig. Das habe ich mich auch vorhin gefragt. Warum dieser Outfit? Warum dieses Outfit? Dieser Umhang? Ihr seid stark. Aber solange die auch nicht in der Ferne angreifen können und auch nicht schnell genug sind, um hinterher zu laufen, richtig? Wittert nichts. So. Den machen wir jetzt fertig. Und... Angriff. Boom. Boom. Einfach weggetreten. So. Ich glaube, wir konnten gerade... Wow. Mir ging in der Luft auf einmal der Saft aus. Na gut, man kann ja auch nicht natürlich unendlich lange in der Luft stehen bleiben. Sowas wie eine Schwebekraft haben wir, glaube ich, nicht. Maschinenzuwachs, ja. Ich schnappe eben die Sachen. Salbe, Fähigkeitssalbe. Wie bitte? Oh, da ist was. Hab dich gesehen. Komm mal mit. Was war das jetzt? Ach, 300 G. Okay. Hä? Was ist das? Oh. Hä? Was seid ihr? Oh nein! Das hab ich grad noch bemerkt. Die sind ja total schnell. Schieß, 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 schieß. Wow, sind die schnell. Aber dafür... Für solch eine Situation hab ich mir eine Menge kleine Erholungen geholt. Hehe. So. Okay, da kommen die auf einmal zu. Auf einen gerannt. Krass. Und explodieren einfach. Und haben mir so gut wie die Hälfte abgezogen. Halt, ich will die Sachen auf sammeln. Drehen, 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 drehen. Ah, weg sind sie. Okay. Puh. Woin gehen wir? Rechts, links? Was ist näher dran? Ich weiß es nicht. Oh, ich würd sagen rechts. Ah ne, da. Das linke. Ich komme. Tippel, tippel, tippel. Oder so ein Surfbrett. Ich weiß nicht. Mit einer Antriebsschubkraft hinten. Was einen so nach vorne pustet. Und der hinter einem, der bekommt die ganze Zeit das Sand ins Gesicht. Den Sand. Oh, hallo. Guten Tag. Was macht ihr denn da oben? Stören wir bei eurer Party? Geht auch so stark. Mir helfen? Helft mir? Hm, das ist wirklich komisch. Das hört sich an als... Das hört sich... Ja. Aber die greifen uns ja an. Also... Auch wenn wir jetzt nicht attackieren würden. Wir würden uns ja trotzdem angreifen. Also... Ja. Kommen wir sowieso. Nicht drum herum. Oh, da kommen jetzt auch noch welche unten. Ja, ich würd die oben aber gerne ausschalten. Weil die könnten... Mit ihren Angriffskugeln hier... Uns treffen. Wenn man mal grad nicht... Hinguckt. Genau den hier. Und tschüss. Was waren sie? Ne, da hinten sind noch welche. Guten Tag. Wir haben auch so eine Missionsanzeige über den Kopf. Das bedeutet... Ja. Denjenigen müssen wir erledigen. Komm her. Du willst im Nahkampf... Ausweichen. Haha. Warte mal. Das kann ich auch. Weißt du? Na, warte. Ich erledige den mal. Das machen wir bei denen hier. Und... Die gehen immer alles so schnell kaputt. Die gehen immer alles so schnell kaputt. Wow. Okay. Nice Angriff. Ich bin mal gespannt, was wir denn noch so alles kaufen können. Da wir ja so viel bekommen. Echt. Wir bekommen ja eine Menge. Vom G. Daher. Ja, mal schauen. Vielleicht werden die Preise auch noch höher. Haha. Das wäre ja natürlich super toll. Hey, sogar ein Wasserpfeil aus Sand. Finde ich zwar nicht so schön wie... Aus Wasser. Aber geht auch. Zweifelsfall. Oh, guten Tag. Oh. Hat der einen Regenschirm in deiner Hand? Warte mal. Bei ihm kann ich jetzt den Angriff machen. Oh. Was habe ich gemacht? Was war das denn? Geil. Habe ich den geworfen? Achso. Achso. Schnell. Wir müssen hinterher. Der entkommt uns nicht. Das kannst du knicken. Und hier hoch springen. Stylisch. Genau. Seht ganz gut aus. Jetzt hier rüber. Okay. Da ist was. Das sammle ich mal eben auf. Kleine Erholung. Ja gut. Davon haben wir eine Menge. Aber desto näher, desto besser. Brauche ich nicht sparsam sein. Haha. Wüsten Wohnungen. Also wenn ihr Wohnungen sucht, bitte sehr. Sehen super aus. Also ganz ehrlich. Was ist das? Was ist das? Analyse. Es ist der Ruhe von einer alten Menschen-Residenz-Area. Large Nummern von Menschen residenen in solchen Konkret- und Metal-Shunters. Okay. Die Strukturen wurden mit Namen sucht als Apartment-Komplex. Darf ich jetzt hier runterspringen? Ich muss gerade mal gucken. Oh ne. Ich rutsche lieber. Okay. Da rutsche ich lieber. Ich mag dieses Rutschen. Komm. Und. Komm rutschen. Ach man. Ne. Dann sprang ich. Ah okay. Wir können so lange gleiten wie wir wollen anscheinend. Nur dass es immer wieder abwärts geht. Wui. Egal. Das Item lassen wir jetzt mal da. Weil bisher. Ja okay. Nicht, dass danach irgendwelche Chipsätze sind. Das wäre etwas ärgerlich. Aber bisher hatten wir echt nur immer sowas wie Kupfererd. Ach ne. Moment mal. Kupfererd. Sowas ist gut. Weil damit können wir Waffen-Upgrade machen. Stimmt. Moment mal. Das ist. Okay. Das ist was anderes. Das ist was anderes. So. Was haben wir hier? Und wenn es jetzt wirklich sowas ist für einen Waffen-Upgrade. Eisenerz. Ja. Sieh einer an. War da gerade eins im Rohr? Ne. Oder? Naja. Jetzt geht es ab zu den Wohnungen. Boah. Die sind verstaubt. Überall Sand. Versandet sind die. Kann ich die Leiter hoch? Ähm. Hier links ist so ein Speicher-Terminal. Speichersystem da hinten. Da zische ich mal eben hin. Und. Zack. Greifen sie denn endlich mal an? Nein. So. Das war's. Mal eben sauber gemacht. Speichern. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt da hinkommen. Kann ich von hier weiter? Da sind ja so gut wie da. Ähm. Mal eben. Wow. Das Gebäude ist ja zum Teil versunken. Oh. Guten Tag. Hier. Keine Menschen. Was? Ach so. Naja. Menschen ähnlich. Könnte man sagen. Der will immer weg. Der will immer weglaufen. Sie bestätigt. Schnappen wir uns das. Okay. Go, go, go. Wow, 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 wow. Was ist hier? Schönes Wetter heute. Werde ich gerade von hinten angegriffen? Oh. Okay. Ja. Schönes Wetter ist es. Das stimmt. Aber es ist in der Wüste. Da ist schon etwas sonnig. Wo ist sie denn da? Ja, ist ziemlich sonnig. Ob die Kälte empfinden? Ich glaube eher nicht, ne? Nein. Oder? Nee. Hör auf zu stolpern. Hör auf zu stolpern. Hör auf, der Mensch. Der aber auch. Ich glaube, sie sind ziemlich tollpatschig. Aber das passt doch. Die passen zusammen. Machen Angst. Angst, also töten. Ich probiere mal gerade was. Das ist nämlich manchmal eine Angst. Ey, ey, ey. Leute, Leute, Leute. Leute. Wow. Okay. Man darf echt nicht zu sehr riskieren, im Nahe Angriff zu gehen. Im Nahe Kampf. Okay, ja, dann und nicht. Aber die sind auch schon Stufe 9. Au, au, au. Halt auf. Ich empfinde Mitleid. Greift der auch mal an? Achso, er schießt auch. Er macht die gleiche Taktik wie ich. Obwohl, er schießt manchmal nicht. Er macht manchmal eine Pause. Fragt mich nicht, warum. Oh, wenn die aber einen hitten. Das haut sich so stark rein. Sehr gut. Die tun immer so, als... Ja, hier, das stand ja gerade. Die haben Angst vor ein Ruinen. Und dann sagen sie sogar noch, au, au, au. Als ob ihr irgendwas spüren würdet. Tut mal bitte nicht so. Macht mal nicht fertig. Sehr schön, Teampartner. Du bist super, Teampartner. Ich würde dich auch mal ab und zu mal bei anderen Sachen wünschen. Bei anderen Spielen. Da bräuchte ich auch solche Teampartner wie dich. Das wäre schön. So, gib mal gucken. Jetzt läuft sie sogar dagegen. Kannst du bei ihm mit den Schuhen nicht richtig laufen? Und dein Kollege? Run. Run. Der 9S. Oh, nicht dieser Weg. Pfff. Hä? Läuft er aus Versehen zu uns hin? Also hat er ja sogar Humor. Vielleicht nicht absichtlich, aber okay. Meins. Alte Maske erhalten. Was kann ich damit machen? Wow. Das sind, ja, Androiden-Leichen. Was war da gerade? Da ist irgendwas. Wow. Wow, 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 wow. Offensiv-Heilung plus 1 erhalten. Okay. Ich gucke mal gerade, ob das so ein, ich sag mal, Chipsatz ist. Also, ja, okay, Fähigkeit. Plug-in-Chip. Anpassen. Automatisch. Oh, ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn ich auf automatisch mache. Das würde ich gar nicht mal wissen. Da steht was. Maxima LP. Okay, wir haben ja jetzt gerade alle ausgerüstet, die wir... Ach, nee, die wir ausgerüstet haben. Genau, alle Chips. Ähm, Heap plus 1. Verstellt Eingriff mit einem schmache Schockwelle. Oh. Aber ist viel zu groß, ne? Ja, sicher. Ähm. Was ist das hier? Das haben wir eigentlich, oder? Nee, Max LP haben wir. Stimmt. Stimmt, ja. Max LP 2. Erhöht. Nee. Hä? Ah, so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wir hatten das ja mit der physischen Verteidigung. Stimmt. So, das könnte ich hier reinsetzen. Oh. Da, nein. Wollen wir das von gerade? Ach, das ist jetzt hier oben. Nee, Max LP haben wir. Und Max LP 2. Ach, Max LP. Entfern das. Max LP 2 ist ja viel besser. Erhöht LP um 15. 15. Und das können wir zweimal nehmen. Hä? Warte mal. Das bewegen, ja. Das kostet viel weniger. Ich glaube, wir haben das sogar noch einen Platz frei. Ja. Genau. Max LP plus 2. Erhöht um 15 Prozent. Und dann nochmal. Könnten wir. Da steht aber 6 hinter. Ich glaube, das ist der Platz, ne? Die Größe. Ich glaube schon. 6. Und das hier. 9. Okay, es ist etwas größer. Hä? Habe ich hier gerade irgendwas rausgenommen? Weil wir plötzlich da wieder einen Platz frei haben? Egal. Ah doch, die hat Steuerung, ne? Ja. Ja. Die passt genau da rein. Die habe ich anscheinend gerade aus Versehen rausgenommen. Äh. Ja, schon wieder. Warum entfernst du die denn? Ich will auf zurück. Auswählen. Auswählen. Bestätigen. Hä? Er wechselt einfach dann. Hat Schaden statt. Warum machst du das denn jetzt wieder weg? Hä? Bestätigen. Blende jetzt wohl einen zum Speichern. Ach, weil eins nicht passt. Ach so. Ist aber auch schwer hier zu sortieren. Also das hier. Also diese Anzeige, wie das ausschaut. Sieht jetzt nicht so schön aus, muss ich sagen. Mit der Anzeige hier. Ist auch nicht hundertprozentig übersichtlich. Aber jetzt habe ich es verstanden. Da fe- Da war irgendwas nicht richtig gesetzt. Deswegen musste ich immer wieder einen anderen bewegen. Okay. Sollen wir nochmal LP holen? Das wäre dann nochmal 15%. Dann hätten wir ziemlich viel. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 2%. Cool. Plus, äh, Viereck. Offensivheilung. Genau das ist das, was ich gefunden habe. Erneut 5% des ausgeteilten Schadens als MP. Hey. Erneuert 5% des ausgeteilten Schadens als LP. Hm. Wie viel? Nicht viel. Okay, ich setze das mal rein. Erhöht Ausweichdistanz. Bewegungstempo plus. Aber das hier ist weniger. Es kostet weniger. Spott. Wie viel haben wir denn? Okay, da war es dann. Spott. Spott hebt Angriff von Spieler und Feind auf 240%. Aber auch der Feind. Spieler und Feind. Auf 240%. Heftig. Ja, dann würde ich sagen, 2%, 5%. Kann ich den wegwerfen? Ähm. Bewegungsgeschwindigkeit fände ich irgendwie cool. Hätten wir denn dafür Platz noch? Genau Platz hätten wir. Ja, okay. Wenn das jetzt so passt, dann machen wir das so. Wir haben jetzt um 30% mehr LP, ne? Lebenspunkte. Ja, 2 mal Max LP plus 2 haben wir drin, ne? Ja, sehr schön. Passt doch. Konnten alles ausfüllen. Jetzt müssten wir, wenn wir mal getroffen wären, mehr aushalten. Nein, wechsel mal wieder den Waffenset. Ich wollte eben erholen. Ach, bekommen wir jetzt wieder was? Bewegungstempo plus. Ach so, ja. Mal schauen. Bewegungstempo. Aber nicht, wenn halt nur 2% sind. 2% ist zwar auch was, aber... Hätte ich gerne schon etwas mehr dann. 5% ist schon mal. Sehr gut. Bei 10% würde ich das wahrscheinlich machen. Ja, bei 10% auf jeden Fall. Denke ich mal. Muss weglaufen. Oh Mann, als würde der richtig fliehen wollen. So, nein, Hilfe, der will mich töten. Die wollen mich töten. Guten Tag. Mist, war da eigentlich vorhin ein Speicherterminal? Weiß es gerade gar nicht. Bleib konzentriert. Ich guck mal gerade. Ne, sieht nicht danach aus. Ne, nein. Sehe ich nicht auf der Map. Boah, hier stolperst du überall. Geil. Das ist aber, glaube ich, nur, wenn man rennt, ne? Gut. Ich habe gleich das Gefühl, hier kommt irgendwas Großes. Wow. Ich schwebe, ich schwebe. Alles gut. Er schwebt auch? Oder fällt der? Ah, wir sind unten. Wow, sind hier viele Leichen. Okay. Hilfe. Hallo? Was ist hier los? Mein Lieber. Mein Lieber. Hä? Was ist hier los? Together. Forever. Carry me. Carry me. Trage mich. Trage. Sie haben keine Gefühle. Sie haben keine Gefühle. Sie haben keine Gefühle. Let's take them out. Feel me. Füttere mich. Hä? Aber da ist doch gar nichts drin, oder? Liebe, liebe, liebe. Da ist gar nichts drin. Das kommt einem vor, als wären die total gestört. Ich werde dich von der ist. Für was würdest du dich rechnen? Ah, ja, okay. Jetzt reif dir an. Wow, der hat aber eine Reichweite. Mist, hier stolpert man überall. Ja, rennen ist nicht. Das sind stolpern wie immer. Aber so geht's ja auch. Boah, die sind auf so einer hohen Stufe, ey. Aber das sollte kein Problem sein. Er rennt einfach gegen mich. Er hat mich geschubst. Mein eigener Teammate. Was machst du denn? Ne, wir stolpern sogar, während wir normal laufen. Ey, ey. Hass, Schmerzen, Gemetzel. Leute, was ist mit euch los? Boah, ey. Da kommen ja immer mehr. Vermeeren die sich gerade im Hintergrund? Wow. Ich könnte ja mal angreifen, aber... Das cannot continue. So. Die halten halt echt viel aus. Und wenn ich einmal in der Kombo... Ausweichen. Wenn ich einmal in der Kombo von denen bin. Das cannot continue. So, den nächsten. Da kommen... Ey, da kommen echt immer mehr. Hihihi. Neu, Stufe 7. Okay. Das cannot continue. Das cannot continue. Das cannot continue. Hallo? Geht's euch gut? Das cannot continue. Okay. Oh nein. Werden die von irgendjemandem gesteuert? Was ist passiert?